Musik Feier das Papier jetzt in der Mitte. Jetzt falte beide Ecken in die Mitte. Jetzt faltet nochmal beide Ecken in die Mitte. Jetzt faltet das Blatt nach links. Faltet das Blatt von der Spitze aus nach links und nach rechts. Dreht den Flieger um und faltet ihn in der Mitte. Und fertig ist der Flieger. Dreht den 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 Flieger.